die Juni mit herzlich willkommen zu den Füßen für Gäste Leer Jo und Jo um bin und sollte wieder mal bis zu viel vor es ist und dann geht es auch schon los mal gucken was wir heute für Runden machen können und wie gut vor sind ich denke wir werden auf jeden Fall wie der Top 10 dabei sein die sind jetzt auch nicht so gut 6.000 ist kein Problem es ruckelt leicht ok es ruckelt mehr als leicht so na dann lass mal gucken wir sind doch alle so klein los komm her ich bin ich drücke das zu tun weiß man hätte ich mal ein paar Grüße es gibt es ja nicht als ob der das jetzt gewinnt gewonnen hat Mann das war Kopf an Kopf und ja ich verliere natürlich so das war so schlecht von mir das war so unfassbar schlecht von mir ich bin heute so schlecht ich bin heute so schlecht alles kommen jetzt geht's los jetzt geht's los kommen ich geh mal ein bisschen mehr in die Mitte das gönnen wir uns natürlich hier gerne das ist auch sehr sehr nice und das natürlich auch ich war ich hab den nicht ich hab den nicht berührt das soll ihn nicht heiße wieso ist dann weh so was das denn jetzt hat das weg ich muss mich jetzt wirklich kehren damit das da weg ist das weg hallo ich bin for free ich spiele ich jetzt mit dem Ding so komm scheiß drauf so jetzt aber wieder oder jetzt wieder alles normal nein jetzt kommt erstmal Werbung sehr sehr nice los ich will keine Fundings spielen ich gehe mal wieder mehr in die Mitte so heute läuft es irgendwie überhaupt nicht was macht wieder dieses wieder es gibt es doch nicht nicht den will ich verstehende gehen ich kann nicht drin nicht mal was soll in die scheiße ich kann nicht schnell sein jetzt aber das alles meins spielte ich bin viel zu aggressiv es soll ich heiße richtig schlafen auf jeden fall es geht aus und ich bekomme nichts nicht so aber wie ich noch am Anfang sage ja Top 10 ist drin was sie mir jetzt hier los ich mich verarschen das ist ein viel scheiß Lobby hallo TK ich habe nichts machen ich wusste irgendwie dagegen zu knallen aber es geht irgendwie nicht hier ist nirgendwo einer TK Schülter zu den normalen Kostmann nennen und spiel drücken K jetzt schon wieder bis sie besser wieder für so k sie verarschen k k Mann, ich hasse dieses Spiel. So, komm, jetzt aber hier noch eine schöne Runde. Eine schöne Runde muss doch sein. Komm, jetzt geht's. Jawohl. Ich hasse dieses Spiel. Allerletzte Runde. Ich hab schon mal überhaupt keinen Bock mehr nach, gerade mal neun Minuten. Komm. Jawohl. So. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's los hier. Ja, super, es ruckelt jetzt. Na, danke. So, komm, du kannst jetzt nichts mehr machen, das willst du machen, Digga. Ah, er will mich einkisseln. Du kleiner Fritz. Das ruckelt aber auch wie Sau. Das sind, glaube ich, Butts. Diese Dinger. Ja, das sind Butts. Jawohl. Jawohl. Das war richtig stark von mir gemacht. Da ist wieder so ein Butts. Da ist wieder so ein Butts. Schade. Okay. Das sind schonmal Platz 57. Alles klar. Auf einmal bewegt sich der Butts. Der bewegt sich immer nicht, oder? Hä, wieso heißen die alle gleich, was so nimmst? Was machst du, du kleiner Bastard, Mann? Komm, ich hab überhaupt keinen Bock mehr. Ich würd sagen, wenn ich sie vor mir trotzdem gefallen, lass den Like zu. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Haut rein und ciao.